Hi, weiter geht's mit meiner Smart Home Serie. Heute gucken wir uns mal ein paar Steckdosen an. Ich zeige euch, was für Probleme ich mit Home Assistant hatte und wir richten einen Shelly Button 1 ein. Deswegen bewerte er den Part und viel Spaß. Ja, wo fange ich an? Ich habe ja nach und nach immer mein System upgradet, beziehungsweise habe immer mehr Schalter in mein Smart Home Assistant integriert. Und da gab es ja ein Problem, immer wenn mein Kollege da war, der dann die Schalter angeschlossen hatte, also an dem Strom war, da haben wir immer die Sicherung rausgemacht. Und das war halt relativ häufig, weil auf einer Sicherung waren verschiedene Räume und dieses Home Assistant war wohl gerade an. Also es war immer an. Aber es hat, glaube ich, gerade was Wichtiges gemacht, als wir dann wieder die Sicherung rausgemacht haben. Vielleicht im Hochfahren, vielleicht bei irgendeinem anderen Kram. Auf jeden Fall kam ich dann nicht mehr auf mein Home Assistant. Es war so traurig. Vorteil für mich war, es war ja noch nicht so viel drauf. Also war das noch ein bisschen verkraftbar. Aber ich bin dann hergegangen und habe ein automatisches Backup eingerichtet. Und zwar nicht so ein Standard-Backup, wie man es halt kennt, sondern ein Google Drive Backup. Und das geht mit Home Assistant's Google Drive Backup. Wer hätte es gedacht? Also ich bin hergegangen und habe dann ein eigenes Google Drive gemacht, nur für das Home Assistant. Und da wird dann alle drei Tage, also ihr könnt das alles einstellen, wie oft das gemacht werden soll, ein komplettes Backup abgespeichert. Das heißt, wenn irgendwann mal wieder mein System abstürzen sollte, passiert jetzt wahrscheinlich nicht mehr, kann ich das Ganze wieder herstellen, einfach mit einem Backup von maximal von vor drei Tagen. Und das findet man hier auch jetzt in der Seitenleiste. Das sind meine Backups. Und ihr seht auch, glaube ich, wann die letzten Backups gemacht wurden. Und wenn die Backups älter werden, werden die halt auch immer gelöscht. Und ihr könnt alles einstellen, wie oft ihr die Backups macht, was er backupen soll. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das hätte mir ein bisschen Arbeit erspart vorher. Aber jetzt haben wir Backups. Okay, nächstes Ding. Steckdosen. Ich hatte zuvor, hatte ich Philips Hue Steckdosen. Da kostet eine um die 30 Euro plus Bridge auch nochmal, glaube ich, 30 Euro. Ich hatte vier Stück, also hatte ich 150 Euro für vier steuerbare Steckdosen. Ja, das ist ein bisschen teuer. Dann hatte ich noch diese Gesund-Steckdosen. Die haben auch immer super funktioniert. Da gibt es nur ein Problem. Es geht immer über einen Server in China. Also ich muss quasi die Dinge in der App einrichten und kann die App dann in meinen Home Assistant packen. Und die App kommuniziert dann mit den Steckdosen und ich kommuniziere mit der App über China-Server auf die Dinger. Weil gesund sitzt nochmal in China, was jetzt nicht sonderlich schlimm ist. Aber ich wollte es machen, dass alles so weit es geht bei mir bleibt. Reicht ja schon, dass mein Sprachassistent alles nach Amazon schickt. Ich weiß auch, die hätte ich auch noch flashen können, irgendwie mit einer anderen Firma drauf. Und dann hätten die auch so funktioniert, wie ich es wollte. Aber dann hätte man die Firma anschreiben müssen und sagen müssen, macht die Dinger jetzt irgendwie frei, dass ich die flashen kann. Geht aber auch nur bei älteren Modellen. Bei den neueren geht es wohl nicht mehr. Und ihr seht auch, ich bin sehr, kann man das erkennen, ich habe überall drauf geschrieben, wie die heißen. Ja, nicht sonderlich einfallsreich, aber zumindest wusste ich dann, welche Steckdose ich aus der Schublade nehme. Gerade für Weihnachtsbeleuchtung fand ich das immer ganz cool. Und die sind jetzt über und meine Philips Hue Steckdosen auch. Die habe ich nämlich verkauft und habe mir mit dem Geld viel mehr geholt. Nämlich diese Smartplugs von Curry Smarter, direkt mit Tasmotor drauf. Und Tasmotor ist so eine unabhängige Firmware, glaube ich, womit man nicht über eine Cloud gehen muss, wie jetzt bei den anderen Steckdosen. Oder ich glaube, die Hue Lights machen es auch, weil die halt dieses Hub noch haben. Sondern die kann man direkt ins Heimnetz einbinden. Man braucht allerdings ein paar Kleinigkeiten, damit das in dem Smart Home Assistant funktioniert. Home Assistant, ich sage es immer falsch. Ihr habt eben ungefähr die Größe von den Hue Lights Schaltern. Und die sind ein bisschen größer als die hier. Aber ich glaube, Tasmotor gibt es auch in der Größe. Die waren, glaube ich, nur ein bisschen teurer. Deswegen habe ich mir die geholt. Aber die Größe ist eigentlich total egal, weil die meisten Steckdosen sehe ich eh nicht. Ich habe zum Beispiel in diesem Raum zwei unterm Tisch und eine hinter mir. Hier. Und die richtet man direkt ein. Also man geht auf diese Steckdose, verbindet die dann mit seinem Netz und dann ist die ansteuerbar. Ihr braucht nur Folgendes. Zuallererst müsst ihr aber in euren Router gehen und dort eurer Home Assistant Hardware eine feste IP geben. Warte, Peter sucht. Ne, warte, die war ja direkt vor Draht. Die muss ja dann... Da ist es. Also es geht bei jedem anders. Da müsst ihr einfach mal gucken. Ich habe jetzt hier eine feste IP gemacht und zwar die 100 am Ende. Und die wird halt jetzt immer reserviert für dieses Gerät. Dann geht ihr zurück in eure Home Assistant, müsst zum einen einen Nutzer anlegen. Das geht bei Einstellungen, Personen und zwar den MQTT User. Also den könnt ihr eigentlich nennen, wie ihr wollt. Den könnt ihr auch Willi nennen oder wie auch immer. Hauptsache ihr habt quasi den User mit Passwort und dann ist gut. Dann geht hier in Einstellung Geräte und Dienste, packt einmal den Tasmota-Dienst rein und den MQTT-Dienst. Den ihr dann auch nochmal konfigurieren müsst. Hier gebt ihr dann die Serveradresse ein. Das ist im Grunde die Adresse von eurer Home Assistant Hardware, die wir auch gerade festgelegt haben. Die feste IP. Dann der Port war glaube ich fix. Dann kommt der Benutzername, den ihr vorher angelegt habt mit dem dazugehörigen Passwort. Und mehr braucht ihr dann hier eigentlich nicht mehr. Und hier bei Tasmota habe ich jetzt mittlerweile schon neun Steckdosen integriert. Und wir fügen jetzt nochmal eine neue hinzu. Dann versteht ihr vielleicht auch ein bisschen, warum man da noch einen User und so eingeben musste. Ganz kurz, das ist hier kein Schritt-für-Schritt-Tutorial. Das seht ihr wahrscheinlich auch. Ich will nur zeigen, was ich quasi gemacht habe, um ein Smart Home Assistant, warum sag ich denn immer Smart, auf den Stand zu bekommen, den wir jetzt gerade haben. Zuallererst die Steckdose, die ihr anlernen wollt, in die Steckdose stecken. Und sucht das passende WLAN-Netz von der Steckdose. In dem Fall hier Tasmota und dann die Kennung dahinter. Ihr verbindet euch und dann geht automatisch. Ging jetzt natürlich nicht automatisch auf, aber kein Problem. Dann geht ihr in dieses Netzwerk rein und geht dort auf Anmelden. Und jetzt seht ihr, ihr seid jetzt in diesem Smart Plug, also in der Steckdose. Und dort können wir jetzt das Netzwerk auswählen. Das ist hier im unteren Bereich Unify Keller. Jetzt verbindet die Steckdose sich mit meinem WLAN hier im Keller. Da bekomme ich jetzt die IP-Adresse von der Steckdose. Wenn ihr dann die IP eingebt, die gerade angezeigt wurde, dann seid ihr wieder auf der Steckdose. Dort könnt ihr die jetzt auch ganz normal steuern. Aber das allererste, was ihr immer machen solltet, ist ein Firmware-Upgrade. Und im Anschluss geht ihr auf Konfiguration. Und jetzt habt ihr auch dieses MQTT da drin. Und da müsst ihr jetzt die Sachen eingeben, die ihr vorher bei MQTT eingestellt habt. Dann das Passwort, speichern. Dann startet die Steckdose auch nochmal neu. Und ab dann ist die verfügbar bei Home Assistant. Jetzt könnt ihr dem ganzen Ding natürlich noch einen Namen geben, noch einen Timer einstellen. Also alles Mögliche könnt ihr in dieser Steckdose noch einstellen. Aber alles andere stellen wir einfach bei Home Assistant ein. Hier kann man jetzt auch ganz gut sehen, anstatt neun Geräte haben wir zehn Geräte. Und die Steckdose, die wir jetzt gerade angelernt haben, das ist die hier. Die hat natürlich noch keinen Namen. Den Namen hätte man auch vorher in der Steckdose eingeben können. Dann wäre hier auch der passende Name aufgetaucht. Und jetzt könnt ihr die quasi steuern, einstellen und alles Mögliche mitmachen. Was man halt mit so einer Steckdose macht. Und hier kann man jetzt ganz gut sehen, im Keller habe ich drei Stück. Ich habe einmal für den ganzen Schreibtisch, für alle Geräte, die auf dem Schreibtisch sind. Dann nochmal für den Schreibtisch an sich, für die Höhenvorstellung. Und dann nochmal einmal für die Hintergrundbeleuchtung, die man sieht. Das sind halt alles Geräte, die halt auch ständig im WLAN hängen. Viele Geräte, die Strom verbrauchen. Das sind ungefähr, wenn man jetzt alle Sachen zusammenzählt, so um die 10, 15 Watt, die ich dadurch spare. Also hier, also das Ziel ist ja auch bei mir, dass ich durch das Smart Home, klar verbraucht das natürlich ein bisschen Strom. Aber ich möchte halt durch dieses Home Assistant letztendlich auch Strom sparen. Und wo wir dann hinkommen mit Strom sparen, erzähle ich dann, wenn wir alles fertig eingestellt und konfiguriert haben. Also die ganze Wohnung drin ist. Im Übrigen, ganz geiles Ding, ich habe jetzt eine Automatisierung erstellt für PC-Raum aus. Also wenn ich das mal vergessen sollte auszumachen, dann wird um 0,45 Uhr geprüft, ob mein Strom unter 250 Watt ist. Wenn das der Fall ist, bin ich nicht mehr im Keller. Und dann werden Steckdose 1, 2 und 3 aus diesem Keller automatisch ausgeschaltet. Und das ist smart, glaube ich. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich kann genau definieren, wann die Steckdosen ausgehen sollen. Aber ich kann nicht genau definieren, wann diese angehen sollen, weil ich nicht immer alle Steckdosen brauche. Deswegen habe ich mir überlegt, dafür nehme ich jetzt so einen Shelly-Button. Die sollen am Anfang, als die rausgekommen sind, nicht so cool gewesen sein. Mittlerweile sind die aber sehr gut, stabil. Ich habe oben einen auch schon in Benutzung und der hat bisher immer funktioniert. Und ich würde sagen, den richten wir jetzt mal ein. Da ist der! Mann ist der hell! Die gibt es, by the way, auch nochmal dunkel. Wo wir gerade beim Thema sind. Und auf der einen Seite... Hallo? Gibt es noch einen Ladeanschluss und einen Reset-Knopf? Also den könnt ihr aufladen mit einem USB-Stecker. Ist leider kein USB-C. Und ihr habt insgesamt vier Kommandos da drauf. Ihr könnt einmal drücken, zweimal drücken, dreimal drücken und gedrückt halten. Dann könnt ihr vier Sachen zuordnen, die passieren sollen. Aber zuallererst müssen wir die einrichten. Normalerweise richte ich die Dinger nicht mit der App ein, sondern mit der IP-Adresse, die die Dinger von sich geben. Aber, ich weiß nicht warum, kann sein, dass die belegt ist oder so, aber mit der IP-Adresse komme ich da halt nicht mal drauf. Deswegen nehmen wir ganz normal die App und deswegen geht es jetzt los. Wenn die bei euch nicht so aussehen wie bei mir, dann habt ihr die andere runtergeladen. Es gibt irgendwie zwei Shelly-Apps. Nehmt die, die ist irgendwie besser. Und dann machen wir auf Plus. Über WLAN hinzufügen, App-Scan. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich hier so ein USB-Kabel aus dem letzten Jahrhundert holen. Zum Paaren, müssen wir den einmal powern. Da ist es. Ja, Keller ist gut, weitermachen. Suche nach Shelly-Geräten. So, da ist der Shelly-Button. Jetzt gehen wir auf den Shelly-Button, klicken Ja, bitte. Verbinden. Aber klappt jetzt alles. Klappt nicht immer, man muss öfter mal versuchen. Aber wenn man dann einmal alles hat, funktioniert es. Und meistens werden die Dinge halt mit einer gefühlt alten Firmware ausgeliefert. So, Button, Keller. Und da muss man erstmal draufkommen, um die neue Firmware drauf zu machen. So war es zumindest bei den anderen Shellys. Und da packen wir jetzt. Was nehmen wir denn für ein Symbol? Ist eigentlich egal, ne? Ich benutze das hier eh nicht. So, wir machen Hidden Device. Gehen auf Speichern. Und jetzt verbindet sich dieses wunderschöne Gerät mit meinem WLAN. Und jetzt können wir hier auch sehen, wir haben 71% Akkuleistung. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal auf diese Zahnräder. Auf das große Zahnrad. Und machen ein Firmware-Update. Da leuchtet der, by the way, auch noch rot nebenbei. Und ihr seht, wir können den jetzt auch hier drin konfigurieren. Was beim kurzen Druck passiert, beim langen Drücken, beim doppelten und beim dreifach Druck. Aber, wie gerade erwähnt, alles weitere machen wir bei Home Assistant. Und wenn wir jetzt hier reingehen, müssten wir eigentlich bei Einstellungen Geräte einen neuen Shelly-Button haben. Da gehen wir auf Konfigurieren, machen Absenden. Können jetzt noch einen Bereich wählen. Können wir sagen Keller. Und drücken Fertig. Ja, und jetzt ist er eigentlich schon da, wo er hin soll, in unserem Shelly-Abteil. Und jetzt können wir hergehen und dafür Sachen erstellen. Nennt man das so? Sachen erstellen. Und wenn wir jetzt eine Automatisierung erstellen. Taste einfach betätigen, passiert nichts. Weil ich möchte den hier liegen haben und ich möchte, wenn man einmal drückt, soll nichts passieren. Wenn man zweimal drückt, soll Steckdose Keller 1, sofern diese ausgeschaltet ist, das ist nämlich die Bedingung, soll Steckdose Keller 1 eingeschaltet werden. Man könnte natürlich auch machen, dass die einfach nur umschaltet. Aber ich möchte nur, dass wenn ich zweimal drücke, die dann eingeschaltet wird. Speichern. Steckdose Tisch. Taste zweifach betätigt. Steckdose 1 ist ausgeschaltet. Wenn das der Fall ist, wird Steckdose 1 eingeschaltet. Und wir nennen die ganze jetzt Shelly-Button, Steckdose Tisch. Ein paar andere Funktionen kommen hier auch noch drauf. Der kommt dann im Bereich der Eingangstür. Und das heißt, wenn ich in den Keller reinkomme und arbeiten möchte, dann drücke ich da zweimal drauf und der Tisch bekommt Strom. Ich könnte natürlich noch machen, dass wenn ich länger gedrückt habe, dass alles andere hier abgeschaltet wird. Dann muss ich das nicht über die Automatisierung machen. Aber die Automatisierung ist ja nur, falls ich das mal vergessen sollte, die Dinge ansehen, dann wird das quasi ausgeschaltet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war nicht zu viel durcheinander. Nächstes Mal geht es weiter mit einem Balkonkraftwerk, wenn alles klappt. Ansonsten Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss!